Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 6927 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Planung und Durchführung der pädagogischen Angebote ist Aufgabe der Erzieherinnen. Die Planung und Durchführung der pädagogischen Angebote ist Aufgabe der Erzieherinnen. Alles ist für Halloween vorbereitet. Meine Mutter hat ein Hexenkostüm genäht. Alles ist für Halloween vorbereitet. Meine Mutter hat ein Hexenkostüm genäht. Alles ist für Halloween vorbereitet. Meine Mutter hat ein Hexenkostüm genäht. Wenn du einen farbigen Stift brauchst, dann such dir einen aus. Wenn du einen farbigen Stift brauchst, dann such dir einen aus. Wenn du einen farbigen Stift brauchst, dann such dir einen aus. Mein Terminkalender ist wieder voll. Ich muss in Zukunft mehr an meine Mitarbeiter delegieren. Mein Terminkalender ist wieder voll. Ich muss in Zukunft mehr an meine Mitarbeiter delegieren. Ihre Ideen sind so kreativ und einmalig, dass sie immer wieder beeindrucken. Ihre Ideen sind so kreativ und einmalig, dass sie immer wieder beeindrucken. Ihre Ideen sind so kreativ und einmalig, dass sie immer wieder beeindrucken. Selbstmitten in der Dunkelheit können sonnige Gedanken Strahlen des Lichts aussenden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.